Dass wir das als Weltgemeinschaft akzeptieren. Und ja, das fand ich wichtig, diesen Appell auch in den USA zu setzen. An die Chinesen. Und dort ist die Botschaft ja dann auch angekommen. Die Äußerung sei extrem absurd. Eine schwere Verletzung der politischen Würde Chinas und eine offene politische Provokation kam aus dem Außenamt zurück. Und China bestellte die deutsche Botschafterin ein. Das heißt, dass sie eventuell deutsche Interessen schaden. Und dann passt trotzdem zu ihrer Aussage, das musste jetzt mal gesagt werden, als wirklich wichtige Entscheidung aus den USA, China zu adressieren. Also natürlich habe ich die Reaktion vor Ort zur Kenntnis genommen. Ja, das ist jetzt diplomatisch. Das waren Sie vorher nicht. Ist das eine gute Reaktion oder eine schlechte Reaktion für Sie, für uns in Deutschland? Ich habe dazu, glaube ich, jetzt alles gesagt. Mhm.